Vor Lager. Nö! Sonst undüt ne? Die Prinzessin hatte keine Lust. Wer war hinten? Ich begekechte Herr Taube nicht mehr gut... Der kommt! Seis sucks! Da war ich dran! Schön 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 komm schon oh Gott er hüpft nur richtig auf dem Rücken ey ich wollte ich muss irgendwie schneller sein als der Puck klappt der noch nicht ganz so ja mal wo klaut mir das yes 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 ich wollte das gezielt machen weißt du gezielt du bist dran vorbeigefahren und dann steht er da jawohl schönes Tor von mir oh nein doch jetzt oh nein da gehen die Stöhner wieder los oh shit oh danke was sag ich ich kann das einfach nicht anders oh das war so geil guten Tag schön euch zu sehen bleibt ein Weilchen und hört zu let's do it again oh pfi das ist ein geiler ich bin hinter wer hat das immer gesagt die Gelen will die gehen ja joker du vor allem bist du veteran jo vorlager nö Das ist dir Nö. Prinzessin hatte keine Lust. Prinzessin dübelt lieber überein Klinge! Alter. Wer war hinten? So ist der Gasse weißt du, ihr dübelt's! Nöö? Da ging's der Taube nicht mehr gut, ey. Da hat die Taube nicht überlebt. Hat den Joker umgedreht. Bin hinten. Die arme Schaube Wo ist WWE, wenn man es nicht braucht Ne, WWF war das Aber wenn die Schaube zur WWE kommt, dann haben wir ein Problem Wie viel schlechter kann es mit der dann auch nicht werden Voll danke Kackvogel Nein Alter, schöner kann ich es aber nicht machen Bäm Hat Shigi Gulasch gegeben Scheiße Schildkröten, super Deins Arschel brummt ins Herz Der kommt Der sieht scheiße aus Ohohohoho Der Kehrt Valbo Da war ich dran Du schneidst es ausm Arsch Mein Oinschnabel wahrscheinlich noch Gag Ohohohohoho Oh shit Facken car Nice Bäm. Das war die Revanche von Shiii. Boah, jump on the hike. Gute Kompi Jungs. Schön. Bäm. Schön den Godio aussteigen lassen. Da fliegt die Taube in Richtung Freiheit. Leider ist es nur ihr Kopf. Oh shit. Los, mach den! Ja! Ich wollte den Godio aussteigen lassen. War aber nicht die Idee. Halt ruhig zu ihm. Söhne und Mama halten doch immer zueinander. Ich will dich mal ne Frau finden. Wow. Schön, schön, schön. Schön, schön. Komm schon. Oh Gott. Er hüpft nur. Ich muss irgendwie schneller sein als der Puck. Klappt denn noch nicht ganz so? Ja! Malbo klappt mir das vor. Yes, yes, yes. Ich wollte das gezielt machen. Gezielt? Du bist dran vorbeigefahren. Und dann steht er da. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. In hinten. Nice. Eine gute Idee, da in zweiter Reihe zu warten. Ich weiß. Sind wir nicht. Ich trau mich nicht. Nee, von mir. Ich lobe mich gern selber. Oh Gott. Das flog scheiße. Das hast du normal. Du bist safe. Oh Gott. Jetzt geht er wieder in den Arsch. Alter. Mein Wohl. Schön. Ich weiß. Ich bin doch eine Prinzessin. Jaua. Was wird denn das? Ihr Ficker. Jaua. Sie kommt. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich hab aussteigen lassen. Oh scheiße. Das geht in die falsche Richtung. Oh. Entschuldigung. Jao. Was geht denn gerade? Was geht denn gerade? Was geht denn gerade? Was side? Oh. Ahaha. Schön. Schön hier gerade. Easy. Shigi. Ich bin doch nach vorne gespielt. Oh. 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 Au. Ai. Oh. Oh Gott. Und es geht wieder zurück. Gute Kombi, Wohl. Gute Kombi. Bum bum. Danke. Jawoll. Schön wie gut du auch. Ich finde das Tor von mir. Oh nein! Oh nein! Oh jetzt! Ich dachte schon das Ding geht so rein. Zack! Oh nein! Ich bin hinten. Ah, scheiße! Okay, der kommt wieder. Ich kam öfter. Boah! Mein Freund und Feind vorbei. Komm, das wird ne Vorlage! Bam! Is出来. Oh, BAM! Ei! Ich probiere es. Probieren es mal. ель i-ne-ne-ner..... Woah. Shigi... ... Yes, yes, yes. Let's do it again! Kurr, letzter Platsch. Der Stalker Dachaufsatz. Ich bleib bei meinem. Den sieht's alle drei raus. Hui! Ich kann fliegen. Hallo. Sabertooth, war das nicht einer von den X-Men? Vom ersten Teil? Ja, das war aber einer von den Gegnern. Der Bruder Wolverine. Ach, shit. War cool, dass sie Nightcrawler wieder dazu gepackt haben. Im letzten Film. Hallo. Süßi. Aua. Oh, sind schon wieder ein paar Flieger unterwegs. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Aua! Kacke. Kacke. Nein! Nein! Nein, aber so hergefahren. Oh, da steckt er aus. Nice. Nice. Kacke. 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 Kacke geht heute ab. Mit viel Gefühl. Lupfen jetzt! Wie geplant. Ja, von den Pizzern versuche ich auf jeden Fall zu fliegen. Ja, die beiden Mister sind Veteranen, die können ein bisschen spielen. Ich dachte, die KI. Ja, das ist doof. Was ist das? Oh, oh. Boah. Alter. Okay. Ich habe ihn zwar vor der Linie halten können, aber... Hier gibt es nichts zu sehen. Fahnsinn mit der Reiter. Ich bin hinten. Der Joper geht spazieren mit dem Puck. Ich biege dann ab. Oh shit. Juii. Alter. Doha! Komm zum Puck. Wo? Oh scheiße! Wohoho, ich war noch dran ey, was soll der Shit? So pick up, man hat noch ein bisschen abgelenkt, fuck. Nicht Europa, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na hier! Junge, schau, ey. Halt dein hässliches Maul, du Fickfrosch. Irgendwie eine Vorlage, hoffig. Nein! Scheiße. Oha! Ich bin am Tor. Das tut weh. Hm, der kommt wieder ziemlich kacke. Wow! Schade. Ah, dafür krieg ich keine Parade, ey. Fickt euch alle den Arsch, ihr wässlichen Vagabunden. Arsch-Vagabunden. Oh shit. Da saust ein Blauer vorbei. Kuckuck! Schade. Schade. Eventuell. Ich fiel mir noch ein bisschen auf die Fresse. Ja. Boah. So schwer zu sehen, wenn der Oberhalb von einem ist. Hm. Ach, Fick. Ich bin doch nicht der Nummer. Oh. 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 Ich muss verteidigen. Die sind nicht übel. Obwohl. Gut vorgelegt. Danke. Aber das hatte ich ja vorhin auch. Das hängt jetzt so an der Wand da abgefälscht hatte, dass er noch in die Mitte kam. Ah, jetzt alle drauf. Jetzt ist es bei einem Bestand von 1 zu 4 und 2 Minuten zu spielen. Ich bin schon Hopf und Malz verloren. Oh. Wieso geht denn der immer in unsere Richtung? Immer wir. Nein. Oh Gott. Easy. Aua. Habe bestiegen. Oh. Ficke. Oh. Scheiße. Jetzt ist Hopf und Malz verloren. Hey. 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 Schön, 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 schön. Schön. Zucker. Aua. Habe in den Arsch, Fick. Ja. Das machst du doch am liebsten. Schön. Mega nice. Schön, 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 schön. Kuro. Nein. Oh, diese blöde Sau, ey. Wie die in der Luft stehen Schön, schade So eine KKI Kack-Gegner noch da Zack Ah, fuck Das war mein Fehler Aua Ich hab nichts gesehen Aua Noch 30 Sekunden Das kommt schon wieder So Kack-Gegner Wenn euer Auto komplett Gelb macht, dann seht ihr aus Als werdet ihr magisch süß Was? Mämm, zwei Zerstörungen hintereinander Oh Gott Trotzdem haut er uns das Ding gerade voll in die Presse Shit Oh Hammer, Quote Oh nein Captain Arab Captain Arab Das Aufsatz ungewöhnlich Verkehrshütchen Jetzt hiked doch aber schon Juhu, 100 Punkte Ich möchte immer gern mein Auto wechseln Und ich würd gern mit dem Ball spielen Jetzt auf einmal Ja, die gucken wir inzwischen auf die Eier Immer einmal verlieren, oder was? Ne, ne, ne Aber Puppe ist doch öde Na gut Ranked? Ne, warum nicht Klar Klar, wenn wir schon dabei sind, ey Man, schon betonieren lassen Meinst du, dass du das gegen andere Sachen komplett eintauschen kannst, oder halt nur gegen zum Beispiel dann Hütchen? Tausche fünf Items von gleicher Qualität Mein I-Team der nächsthöheren Qualitätsstufe zu erhalten Denk ich mal Okay Also ich drück jetzt mal auf Ready, okay? Kenny Ich schimm mal deine Basis Jetzt kriegen wir auf die Fresse Joker Ja Kenny Aus jetzt Drei, zwei, eins Ja, mach doch Gibt's denn da Gibt's dazu Feils, ne? So, ich hab keine Ahnung mehr, wie das mit dem Ball funktioniert Ballfieses am Arsch Ich bin mal hinten Alles verlernt Ja, ist das ein bisschen besser springen? Oh Gott Ich hasse Ball Easy So geht's Ja Mach det Mach det doch Oh Gott Oh shit Dafür ist das Ding noch schneller Oh 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 Ja Oh fuck it War das toll War das toll Tschö Oh, mein Auto klingt so scheiß, Alter No problem Jetzt reißte die Klappe noch auf Jetzt schießen wir fünf Finger, Alter Bin hinten Ich muss mich da hinten noch sortieren, ich wusste gar nicht, wo ich bin, Alter Warte mal vorbei Ich bin hinten Das ist nicht gut, das ist nicht gut Oh Da gehen die Stöhner wieder los Oh shit Oh Danke Was sag ich Werden die Stöhner rausgeholt werden mit rumgestöhnt, Alter Das ist nicht so weiblich Scheiße Entschuldigung, Chocolat Das ist der Geräusch Alter Kriegt mal jemand den Ball Aua Ich war gerade dabei, der wurde die von der Seite weggeknüttelt Was macht ihr da? Aua Habt dich nicht so weiblich No Habt dich nicht so weiblich Diese Beifüssig ist ganz komisch Er ist nun anders wieder Weg da Ach, Schiggy Nein Da kommt Schiggy, hoffentlich noch an Danke Oh shit Ach, Schönen Joker Das Spiel läuft irgendwie an mir vorbei Los, Schiggy, Schiggy Fuck Da versuchst du zu lupfen Hab ich glaube ich nicht optimal getroffen, oder? Doch Doch Vorlage Wie hab ich denn das geschafft? Mein Sprung war danach aber auch noch Sehr suboptimal Vorlage Vorlage Eindeutig Hinten Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wir sind beide Wir sind beide Wir sind beide Uah Ohohoho Nein Oh Gott Na gut, hier Kurach Entfühl mich Oh Oh nice, nice, nice Schade Scheiß die fuck an Scheiß die fuck an Scheiß die fuck an Scheiß die flack an Oh fuck Flack Ach, fuck Flack Ich kann das einfach nicht anders Ich kann das einfach nicht anders Voll dabei, der Joker Voll dabei, der Joker Oh 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 Gott Oh 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 Das war so geil. Mhm. Immer wieder so stark. Oh nein. Oh. Muss er mich safe? Muss er nicht safe? Ja. Safe. Easy. Gut, dass jemand von euch dran war. Ja. Tolaga. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Ja! Schade. Boah, das war laut. Oh nein. Oh nein. Ja! Ja! Oh nein. Nein. Ah. Vail. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schade, schade, schade! Oh, schade! Oh, schade, oh, schade, oh, schade, oh, schade, shit, shit, shade. Nein, Possen! Oh nein! Fuck. Sorry, Joker, den mir hab ich verkackt. Ja ne, ich hätten ja auch schon drin machen können. Oh fuck. Fuck. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, ich werd nur rumgepferdelt. Weg da! Ja! Mach ihn davor, aua! Ich weiss nicht mehr was passiert, aber... Die Kamera ist scheiße. Ja, danke. Danke, danke. Das ist sehr nett von euch. Schön, 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 schön! Nice. Albo hat sich da... ...ausgiebig mit denen beschäftigt. Ja, gut, dass ich da nicht dran war. Schön. Schönes Teamwork. Ja, ich hab ne neue Raketenspur. Gott sei Dank. Meine die ich gerade hatte, hab mich voll verwirrt. Rote Rakete. Und der Gruppenleiter kann auch neuen Matches suchen. So ein neues Match. Mach ich schon. Mach ich schon. Rakete. Ein Tor, eine Vorlage, eine Rettung, drei Schüsse. Alles dabei! Och, Rakete. Nachbar. Nachbar.